Hallo, liebe Besucher! Heute mit dem Thema digitales Geld und wieso es ein Segen oder auch eine Gefahr für die Menschen sein kann. Geld spielt eine zentrale Rolle in unserem Wirtschaftssystem. Aber woher kommt das Geld und wie funktioniert es? Viele von uns wissen es nicht wirklich. Wir sehen normalerweise zwei Arten von Geld. Als Bargeld von der Zentralbank ausgegeben, oder als Buchgeld auf der Bank. Der Rechnungsbetrag ist nur auf dem Konto des Kunden vorhanden und in der Bilanz der Bank. Banken verwenden es, um Geld für Kunden zu überweisen oder tauschen sie es zum Zeitpunkt der Zahlung Barzahlung am Geldautomaten. Wenn Banken Kredite vergeben, generieren sie Buchwährung. Dies nennt man Geldschöpfung. Zum Beispiel, wenn jemand einen Kredit von 250.000 Euro benötigt, wird die Bank es ihm geben, wenn diese der Meinung ist, dass diese Person einen guten Ruf hat. Er bekommt das Geld von ihr und die Bank erstellt das Geld selbst auf dem Konto des Kunden. Sie müssen dazu kein Geld von der Zentralbank erhalten, und natürlich müssen sie kein Geld von den Ersparnissen der anderen Kunden dazu verwenden. Andererseits verspricht diese Person, hart zu arbeiten, um das Geld zurückzuzahlen. Er verwendet sein Gehalt, um den Kredit zurückzuzahlen. Ein Darlehen ist daher eine Vorauszahlung für noch nicht erbrachte Leistungen. Wenn der Kunde den Kredit jedoch nicht zurückzahlen kann, muss die Bank die Verantwortung dafür übernehmen und das verlorene Geld als Verlust erfassen. Wenn eine Bank aufgrund einer Krise bankrott geht, was bedeutet, dass viele Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden oder spekuliert wurden, kann auch ein Teil der Buchwährung verloren gehen. Im Gegensatz dazu ist Geld der Zentralbank viel sicherer. Es ist das gesetzliche Zahlungsmittel, das der Staat sowie Banken untereinander nutzen. Für dieses Geld garantiert der Staat, und damit die Wirtschaftskraft der ganzen Gesellschaft. Wenn der Kunde von seinem Sparkassenkonto 700 Euro Miete auf das Konto seiner Vermieterin überweist, dann überweist seine Bank 700 Euro von ihrem Zentralbankkonto auf das Zentralbankkonto der Bank seiner Vermieterin. Diese schreibt daraufhin der Vermieterin 700 Euro Buchgeld auf ihr Konto gut. An dieses Buchgeld der Zentralbank kommen die Banken, indem sie einen Kredit bei der Zentralbank aufnehmen und dafür Staatsanleihen oder andere Sicherheiten hinterlegen. Seit einigen Jahren müssen sie dafür nicht einmal Zinsen zahlen. Bürger haben bislang keinen Zugang zu diesen Konten mit diesem sicheren Zentralbankgeld. Seit einiger Zeit wird versucht privates Alternativgeld zu etablieren, prominentestes Beispiel ist Bitcoin. Bekannt ist auch die Absicht von Facebook, ein eigenes Geld zu schaffen. Doch brauchen wir wirklich neue private Digitalgelder mit zusätzlichen Unsicherheiten und Datenschutzproblemen? Viel sinnvoller wäre es, allen Menschen Zugang zu digitalem Zentralbankgeld zu verschaffen, anstatt nur den Banken. Dieses digitale Zentralbankgeld wäre, ebenso wie Bargeld, ein gesetzliches Zahlungsmittel, das von der Zentralbank garantiert wird. Dann könnte jeder Mensch bei uns ein Konto mit digitalen Juros haben. Dieses wird dann so wie die bisherigen Aktiendepots nur noch von der Bank verwaltet, taucht aber nicht mehr in ihrer Bilanz auf und kann nicht verschwinden, wenn die Bank pleite geht. Das Bankgeheimnis würde weiter gelten und die dezentrale Bankenlandschaft bliebe erhalten. Die Zahlungsmittel werden sich wandeln, so oder so. Entweder werden die Banken durch Facebook, Google, Alibaba und Co. ersetzt. Unsere Daten werden noch schutzloser und wir daher noch abhängiger von Konzernen. Oder wir setzen uns für ein attraktives Geldwesen für alle ein. Dies könnte auf Basis eines stabilen Zentralbankgeldes sein. Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie Ihre Meinung dazu in die Kommentare. Wenn Sie für das Thema interessieren, können Sie gerne unseren Beitrag teilen und uns folgen. Vielen Dank. Bitte nicht vergessen nach dem Anschauen like das Video und folge dem Kanal. Danke.